So, wir sind kurz davor, unsere Vorlesungsreihe zum Thema formale Sprachen abzuschließen. Die geht noch ein bisschen weiter. Wir werden noch einiges zu sagen haben über Logik und deren Beziehung zu Berechnungen und auch zu den Automaten, mit denen wir uns hier schon beschäftigt haben. Aber beim Thema formale Sprachen, Typ 3 bis Typ 0, wird es bei dem bleiben, was ich bisher gesagt habe und dem, was jetzt noch in dem Video kommt. Das letzte kleine Stückchen vor uns sind Abschlüsse bei Typ 0 und Typ 1. Sie erinnern sich, Abschlusseigenschaften, das waren die Eigenschaften von formalen Sprachen, die uns sagten, dass, wenn man bestimmte Arten von Sprachen mit bestimmten Operationen kombiniert, dass man sie dann, dass man dann immer noch Sprachen dieser Art vor sich hat. Und wir haben noch zu klären, wie das bei Typ 0 und Typ 1 ist, welche Abschlüsse da gehenden. Und ein paar andere Bemerkungen zu Determinismus und Nicht-Determinismus bei linear beschränkten Turing-Maschinen werde ich auch noch gleich mit einbauen. Willkommen zurück also. Ich bin immer noch Markus Krötzsch. Und wir gehen direkt zur ersten. Satz, Vorlesung 14, haben Sie schon längst kennengelernt von mir. Sowohl die Klasse der Typ 1 Sprachen als auch die Klasse der Typ 0 Sprachen ist unter Vereinigung abgeschlossen. Das wissen wir. Das haben wir damals, kann ich schon fast sagen, gezeigt, indem wir einfach festgestellt haben, dass man die Grammatiken zweier Sprachen so kombinieren kann, dass man eine neue Grammatik erhält, die genau die Vereinigung akzeptiert. Und dass diese neue Grammatik immer noch alles das erfüllt, was wir für diese Typ 1 und Typ 0 Sprachen gefordert haben oder Grammatik gefordert haben. Okay, das war also die Art und Weise, wie man das sofort sehen kann. Abschluss unter Vereinigung geht. Was gibt es noch? Wir wissen auch, die Klasse der Typ 0 Sprachen ist nicht unter Komplement abgeschlossen. Das haben wir auch schon gezeigt. Wir haben nämlich gesehen, dass das Komplement des Halteproblems nicht semientscheidbar ist. Woher wussten wir das? Naja, wir hatten argumentiert, wenn das Halteproblem ist ja semientscheidbar, wie wir wissen. Das haben wir gezeigt. Man kann eine Turing-Maschine finden, die einfach versucht, die andere Gegebene zu simulieren. Und wenn das irgendwann mal hält, dann kann sie das Ergebnis zurückgeben. Und damit ist es semientscheidbar. Wenn jetzt das Komplement auch noch semientscheidbar wäre, dann könnte man aus diesen beiden Algorithmen eine Entscheidungsprozedur zusammenbauen. Und die darf es nicht geben, weil ja das Halteproblem selbst unentscheidbar ist. So hatten wir also das gezeigt. Komplementierung geht nicht. Okay, wir wissen also, Vereinigung geht, Komplementierung geht nicht. Damit können wir gleich noch mehr zu den anderen Operationen sagen. Eine Abschlusseigenschaft ist relativ leicht zu sehen. Wenn ich einen Schnitt von zwei Sprachen bilden will, die durch Typ 1 oder Typ 0 gegeben sind, dann kann ich das dadurch tun, dass ich einfach zunächst die erste Turing-Maschine ausführe und dann, wenn die erste akzeptiert hat, die zweite. Das kann ich dadurch erreichen, dass ich mir eine Kopie der Eingabe anlege in einem mehrspurigen Alphabet. Auf die Art schaffe ich es, dass ich doppelt so viel Speicher erhalte, wenn ich möchte, oder n mal so viel für ein festes n, was ich vorher aber festlegen muss und was nicht von der Eingabe abhängt. Und dadurch kann ich also ganz getrost mir die Eingabe speichern und dann auf einer anderen Spur die Turing-Maschine laufen lassen. Wenn die akzeptiert, dann kann ich die zweite auch noch laufen lassen. Und wenn die dann auch noch akzeptiert, dann wird insgesamt akzeptiert. Damit habe ich also den Schnitt und es ist leicht zu sehen, dass das auch bei linear beschränkten Turing-Maschinen funktioniert, denn wenn beide linear beschränkt sind, dann schaffen sie es mit diesem beschränkten Speicher auch beide das Wortproblem zu lösen. Konkatenation. Konkatenation bedeutet natürlich, dass wir ein Wort als Eingabe erhalten, das aus zwei Teilen besteht. Einem ersten Teil aus einer ersten Sprache und einem zweiten Teil aus einer zweiten Sprache. Ich weiß von vornherein, dass beide Sprachen Typ 1 sind oder beide Sprachen Typ 0 sind und möchte jetzt eine Turing-Maschine finden, die diese Konkatenation richtig erkennt. Und das ist auch sehr einfach. Wir müssen nur raten, an welcher Stelle das erste Wort aufhört und an welcher Stelle das zweite beginnt. Das ist ja in der Regel nicht offensichtlich. Sie können die gleichen Symbole verwenden. Wir raten das einfach nicht. Determinismus ist ja bei LBAs und erst recht bei Turing-Maschinen erlaubt. Und nachdem wir das geraten haben, können wir für jedes der Wörter einzeln testen, ob sie in der entsprechenden ersten oder zweiten Sprache liegen. Bei allgemeinen Turing-Maschinen ist das überhaupt kein Problem. Da können wir einfach neuen Speicher allozieren und dort die Tests ausführen, wenn wir wollen. Bei LBAs ist es auch kein Problem, denn bei denen haben wir die Garantie, dass wir nicht über den Speicher des Wortes selbst hinauslaufen müssen. Das heißt, wir können das erste Teilstück des Wortes innerhalb seiner eigenen Größe als Speicher akzeptieren, wenn es überhaupt akzeptiert werden kann. Und das zweite Teilstück ebenfalls innerhalb dieses Teilspeichers. Das heißt, auch da können wir den Speicher insgesamt wahren. Plainy-Stern, wir raten und testen wieder, wie die Eingabe aus einer Folge von Wörtern einer gegebenen Sprache bestehen kann. Ja, bei Plainy-Stern ist im Prinzip so eine Art verallgemeinerte Konkatenation. Wir müssen jetzt aber damit rechnen, dass es nicht nur zwei Wörter hintereinander vorkommen, sondern vielleicht auch noch viel mehr Wörter. Es können beliebig viele sein. Und das heißt, wir müssen raten, wie weit das erste reicht. Dann müssen wir testen, ob dieser Teil wirklich aus der Sprache stammt, den wir geraten haben. Und dann müssen wir den Rest des Wortes einfach wieder so behandeln, bis wir hoffentlich das ganze Wort erkannt haben. Und auch hier können wir das in linear beschränktem Speicher schaffen, weil ja jedes Teilstück innerhalb des Speichers, das für diesen Teil vorgesehen ist, akzeptiert werden kann. Also, für all diese Operationen haben wir einen Abschluss, sowohl für Typ 1 als auch für Typ 0. Das heißt, sowohl die Klasse der Typ 1 Sprachen als auch die Klasse der Typ 0 Sprachen ist unter Schnitt, Konkatenation und Plainy-Stern abgeschlossen. Okay, damit haben wir schon sehr viele Abschlusseigenschaften. Also, alles für Typ 0, was uns so interessiert hat. Vereinigung, Komplement war nicht. Und diese sind alle positiv gewesen. Bei Typ 1 fehlt uns noch etwas, und zwar das Komplement. Ja, das Komplement, dieses Argument mit dem Halteproblem ist natürlich ein Argument, was speziell für Typ 0 entwickelt wurde. Das Halteproblem ist eben eine Typ 0 Sprache. Die für Typ 1 müssen wir noch untersuchen, wie das mit dem Komplement ist. Und das ist tatsächlich eine Frage, die schon aufgekommen ist in der Geburtsstunde der LBAs. Ja, LBAs, wie vieles, was wir hier behandeln, ist, hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Das stammt alles aus der Frühzeit der Informatik aus heutiger Sicht. Also, 60er Jahre wurde viel geforscht an formalen Sprachen. Und schon 1964, als Corona diese Automaten betrachtet hat, wurden direkt dabei zwei Probleme aufgeworfen und eingeführt. Die sogenannten LBA-Probleme. Das erste LBA-Problem ist die Frage, erkennen LBA dieselben Sprachen wie deterministische LBA? Ja, also wir hatten diese linear beschränkten Turing-Maschinen ja als nicht-deterministische Turing-Maschinen definiert. Und die Frage ist jetzt natürlich, was passiert, wenn wir nur deterministische linear beschränkte Turing-Maschinen betrachten? Was können die? Und Sie wissen natürlich, deterministische Turing-Maschinen können im Prinzip nicht mehr als nicht-deterministische. Wir haben ja das schon allgemein über Turing-Maschinen festgestellt. Man kann den Nicht-Determinismus immer dadurch behandeln, dass man alle Möglichkeiten systematisch durchprüft mit einer Breitensuche und damit sicher gehen kann, dass man Erfolg haben wird. Das Problem bei diesem Vorgehen ist, dass man dazu zusätzlichen Speicher braucht. Man muss sich überlegen, welche Pfade interessant sind noch, welche Berechnungspfade, welche Sequenzen von Entscheidungen man noch betrachten will. Und wir hatten das bei dieser Simulation so gemacht, dass wir ein zusätzliches Band in unserer Turing-Maschine eingeführt haben. Da war so eine Art Adresswort drauf, das uns gesagt hat, welche Entscheidungen wir in jedem Schritt der Berechnung treffen sollen. Sowas könnte man ja vielleicht auch in linearem Speicher unterbringen, oder? Ja, so ein Adresswort. Wie gesagt, mit diesem Trick mit den mehreren Spuren können wir immer noch ein bisschen Platz schaffen. Und da könnten wir doch auch noch eine Adresse drauf speichern. Das Problem ist, das Adresswort muss natürlich so lang sein, wie der Lauf der Turing-Maschine. Denn so viele Entscheidungen müssen ja getroffen werden. Und wie lang kann eine Turing-Maschine laufen, wenn sie einen linearen großen Speicher zur Verfügung hat, bevor sie am Ende akzeptiert? Naja, der Konfigurationsgraf gibt uns letztlich den Hinweis, natürlich kann das durchaus exponentiell lang dauern. Es gibt exponentiell viele verschiedene Konfigurationen und man kann auch Turing-Maschinen finden, die die tatsächlich systematisch durchgehen. Zum Beispiel, indem sie sowas wie einen Binärzähler implementieren, der der Reihe Stück für Stück nach oben geht. Und erst wenn er die höchste Zahl erreicht, ist akzeptiert. Wenn sie so eine Turing-Maschine haben, dann können sie die Entscheidungen, die sie treffen wollen, nicht mehr im Speicher halten, im linearen Speicher. Und dann ist ein Problem. Dann können sie keine Suche mehr organisieren, die sicherstellt, dass sie alle Möglichkeiten tatsächlich systematisch durchtesten, denn sie wissen nicht, was sie schon durchsucht haben. Das heißt also, so einfach ist es nicht, hier deterministisch zu werden. Und das ist auch gleich in 1964 schon aufgefallen und deshalb war das eines der großen LBA-Probleme. Das zweite, damit zusammenhängende Problem sind die Sprachen, die man erkennen kann, also die Typ-1-Sprachen, die man mit LBA erkennt, unter Komplement abgeschlossen. Und das ist unsere offene Abschlusseigenschaft, die ich noch klären muss. Und wenn die Frage auf das erste Problem, wenn die Antwort auf das erste Problem Ja lautet, dann ist sicherlich auch die Antwort auf das zweite Problem Ja. Wenn ich deterministische LBA benutzen kann, dann habe ich es leicht, sie zu komplementieren. Das Komplementieren von deterministischen Maschinen, das ist uns geläufig, das geht relativ einfach. Man kommt ja immer bei der gleichen Endkonfiguration heraus. Das Problem des Nichthaltens muss man mit etwas Fingerspitzengefühl umgehen hier, aber das kann man auch schaffen. Und wenn also sichergestellt ist, dass die Maschine hält und immer bei der gleichen Konfiguration endet, dann muss man nur noch die akzeptierenden und die nicht akzeptierenden Konfigurationen vertauschen. Und schon wird aus allem, was akzeptiert wird, etwas, was nicht akzeptiert wird und umgekehrt. Also Komplementierung ist leicht, wenn man deterministische Automaten annehmen kann. Okay, gut. Diese beiden Probleme wurden in 1964 aufgeworfen und es hat sich als erstaunlich zäh herausgestellt, auf diesem Gebiet voranzukommen. Man hat viele Jahre lang nichts Neues dazu entdeckt. Na gut, man hatte genügend andere Dinge, die man entdecken konnte. Die Informatik war noch sehr jung. Aber dann plötzlich, 1987 und 1988, nach über 20 Jahren, kamen zwei Menschen unabhängig voneinander fast gleichzeitig zu einer Lösung. Der erste war Robert Celepceni, der zweite Neil Immermann. Neil Immermann, eminenter Informatiker, weithin bekannt. Robert Celepceni, tschechoslowakischer, oder heute würde man vielleicht sagen slowakischer, Student in der Informatik, ja, war in, oder, pardon, ja, ich glaube, tschechischer, ja, in Brino war er gewesen. Ja, also, dieses Problem als Student im dritten Semester, wenn ich mich recht entsinne, gelöst hat, ja, also, das kann uns anspornen, ja, viele von Ihnen sind im dritten Semester. Es gibt viele ungelöste Probleme der Informatik. Manchmal klappt es. Aber ich fürchte, viele von den Problemen, die heute noch ungelöst sind, sind tatsächlich sehr, sehr schwer. Was die jedenfalls herausgekriegt haben, beide, und damals natürlich Immermann in den USA, Celepceni im Ostblock weit voneinander entfernt, ja, also, das war nicht so, dass die, dass Immermann das Ergebnis von Celepceni zu dem Zeitpunkt schon kennen konnte, sondern das war wirklich gleichzeitig. Ähm, die haben also herausgefunden, die Typ-1-Sprachen sind unter Komplement abgeschlossen. Also, die Antwort auf die zweite Frage lautet ja. Ähm, diesen Tippfehler korrigiere ich noch. Ähm, die, äh, der Beweis dazu ist interessant, aber länger als das, was ich jetzt in diesem Video an Zeit investieren will. Kein Stoff des Kurses, aber wir haben einen Kurs, der sich da beschäftigt. Complexity Theory können Sie auch Materialien online finden, wenn Sie es mal nachlesen wollen. Okay, das löst also das zweite Problem. Wissen wir damit auch, was das erste Problem als zur Lösung hat? Hm, leider nicht, ja. Die, äh, Tatsache, dass die unter Komplement abgeschlossen sind, gibt uns noch keine Zusicherung, dass, äh, dass die deterministischen Automaten hier ausreichen sollten. Ähm, das, äh, das, äh, ist tatsächlich unabhängig. Ja, wenn, wenn eins gelten würde, dann könnte man zwei ableiten, aber zwei kann auch so gelten, ohne dass eins gilt. Ähm, ähm, und, ähm, tatsächlich ist es so, dass wir bis heute nicht wissen, was die Antwort für das erste Problem ist. Mit anderen Worten, ich kann Ihnen nichts weiteres dazu sagen, wie deterministische und nicht-deterministische LBA, ähm, sich zueinander verhalten, außer dass die deterministischen natürlich weniger allgemein sind erstmal, also die nicht-deterministischen die größere Klasse abbilden, aber ob sie wirklich echt größer sind, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ja, okay. Damit haben wir alles gesagt, was ich jetzt sagen wollte. Hier nochmal die Zusammenfassung aller Abschlusseigenschaften, die ich in diesen Videos besprochen habe, mit den entsprechenden Sprachklassen und Automatenmodellen, auf einem übersichtlichen Blick. Sie sehen, die, ähm, Situation ist, ähm, faszinierend uneinheitlich, ja, also man hätte vielleicht ursprünglich gedacht, ja, irgendwie, äh, die Sprachen werden immer allgemeiner und ähnliche Effekte gibt es dann hier, aber das stimmt bei weitem nicht. Also man hat, ähm, beliebige Abschlüsse für diese fünf Operationen natürlich für Typ 3 und Typ 1, aber bei anderen, ähm, Klassen fehlen uns bestimmte Operationen, aber es sind auch immer andere, also es gibt hier keine ganz klare Richtung, in die das sich entwickelt. Bei Typ 2 haben wir ein gutes Verständnis von Typ 2 und deterministischem Typ 2 mit den entsprechenden deterministischen und nicht-deterministischen Varianten der Automaten. Ähm, ähm, bei Typ 3 und Typ 0 wissen wir, dass die deterministischen und die nicht-deterministischen Varianten genau das Gleiche tun. Bei Typ 1 wissen wir es nicht. Vielleicht ist das das Gleiche, wie die deterministischen, ähm, Automaten, äh, linear beschränkte Turing-Maschinen hier sind. Vielleicht auch nicht. Vielleicht könnte man auch hier noch eine zusätzliche Zeile für die deterministischen LBA einführen, ähm, aber über die ist bisher nichts bekannt. Das bleibt also offen. So, das war's für dieses Video und das war's, wie gesagt, auch mit den formalen Sprachen. Beim nächsten Mal geht's weiter mit der Logik. Ähm, tschüss und bis bald. Tschüss.